Bad Bentheim, ein moderner Kurort an der Grenze Nordrhein-Westfalens. Auf einer Bahnstrecke von über drei Kilometern setzt Keller Grundbau die Rüttelstoppverdichtung ein. Die Strecke war bisher nur für den Güterverkehr zugelassen. Nun soll sie auch für den Personennahverkehr auf Kurs gebracht werden. Im Rahmen des Projektes Regiopa beauftragt die Bentheimer Eisenbahn AG Keller Grundbau mit dieser Aufgabe. Die Herausforderung, es wird entlang einer Bahnstrecke verdichtet. Der Raum für die erforderlichen Arbeiten ist begrenzt. Die Lösung vom Keller Grundbau, die Geräte werden auf einen Zugwaggon verfrachtet. Keller Grundbau ist Erfinder der patentierten Tiefenrütteltechnik. Das Verfahren ist schnell und zuverlässig. In 40 Arbeitstagen wird in knapp 2.500 Verdichtungspunkten fast 1.900 Tonnen Einbaumaterial verstopft. Dein Keller Grundbau können ab Dezember 2018 pro Tag ca. 1.700 Fahrgäste transportiert werden. Dein Keller Grundbau kann ab Dezember 2018 pro Tag ca. 1.700 Fahrgäste transportiert werden. Dezember 2018 pro Tag ca. 1.700 Fahrgäste transportiert werden. Dezember 2018 pro Tag ca. 1.700 Fahrgäste transportiert werden. Dezember 2018 pro Tag ca. 1.700 Fahrgäste transportiert werden. Dezember 2018 pro Tag ca. 1.700 Fahrgäste transportiert werden. Dezember 2018 pro Tag ca. 1.700 Fahrgäste transportiert werden. Vielen Dank.